Einsturz eines Kirchturms Ein Baukran ist auf das Kirchendach gekippt. Mehrere Personen wurden dabei verletzt. Bergen und versorgen sie alle Opfer und transportieren sie sie ab. Vorsicht! Kirchturm und Baugerüst sind stark beschädigt. Es besteht die Gefahr eines weiteren Einsturzes. Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play Emergency 4. Ich würde sagen, dann fangen wir gleich auch mal an. Erstmal gucken wir die Feuerwehr. Wenn es gehen würde. Nehmen wir mal volle Besatzer. Und schicken wir gleich mal. Los! Die Zeit brauche ich nicht. Ich gehe in den Notarzt. In die Krankenbahn. Also, ja. Zwei Stück schicken wir mal los. Auch mal herkommen. Jawohl! Warten wir jetzt mal auf die Einsatzkräfte, dass die ankommen. Leiden die denn nur. Fahrzeug eingetroffen. Fahrzeug eingetroffen. Ich bin schon unterwegs. Einfach schneller. Ja, ich bin tot. Ja, komm. Ich bin jetzt voll. Schüt, 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 schüt. Ja. Das Fahrzeug ist verstanden. Aussteigen. Ja. Los geht's. Holen wir die erstmal hier vom Feuer weg. Ich bin unterwegs. Das Fahrzeug steht bei 4. Was gibt's? Wir sind ausgeführt. Ich bin unterwegs. Das Fahrzeug 1 hört. Fronten den Balken von der verletzten Person weg. Einer unserer Feuerwehrmänner sollte es eigentlich schaffen, den Balken da wegzuziehen. Das Fahrzeug scheint instabil zu sein. Ja. Es sieht so aus, als ob er gleich noch ein Teil rausbrechen könnte. Ja. Ja. Schon unterwegs. Ja. So. Der Note, das versorgt schon den ersten. Ja. Wird gemacht. Fahrzeug 3 hört auf dem Weg. Sonst hat er ja schon mal zu löschen. Wir sind unterwegs. Wir sind unterwegs. Höre. Zu Befehl. Wird gemacht. Fahrzeug 3 hört. Ja. Los geht's. Wir sind unterwegs. Wird gemacht. Fahrzeug 3 hört. Ja. Wir sind unterwegs. Auf dem Weg. Guck mal im Team. Ja. Schlauch angeschlossen. Lassen. Wird umgehend durchgeführt. Ja. Hören. Schon unterwegs. Ja. Der kann auch schon. Auf dem Weg. Was gibt's? Ist denn Arbeit? Was ist die überhaupt schon mal einsteigen? Wird umgehend durchgeführt. Ja. Ja. Ja, wird umgehend durchgeführt. So. Ja. Oh. Ich habe gerade angefangen zu löschen. Da ist es runtergefallen. Es gibt uns nicht mehr viel. Hier. Brand ist gelöscht. Die Opfer transportieren lassen. Abtransportieren. Ach, schlaufe wieder weg machen. Die Leute sind nicht verailt. Ja. Fahrzeug 3 führt. Fahrzeug 2 ist schon unterwegs. Fahrzeug 3 führt. Ja. Steck du da nochmal ein. Zeit machen wir wieder langsamer. Fahrzeug 1 führt. Geht mit auch nach Hause. Bin unterwegs. Das geht mal schnell, würde ich sagen. Das ist besonders noch weg. Und. Weg. Ausgezeichnet. An ihrer Leistung gibt es nichts zu kritisieren. Weiter zurück. Ja, nun würde ich hiermit sagen. Das war's mit dem ersten Part. Wir sehen uns im zweiten. Ciao. Tschau. cock AR